Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Ich hatte irgendwann gesagt Karnevalskanal oder Reisekanal, aber wir bleiben mal bei unserem Heimkino-Kanal. Karneval deshalb, weil heute ist Altweiber und Reisekanal, weil wir haben leider schon einiges hinter uns. Es wird wahrscheinlich ein sehr kurzes Video von der Messe. Wir sind leider erst um ein Uhr auf diese Messe gekommen. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn man hier einen Termin auswärts macht, parkt das Ding hier, das Auto und dann fahrt mit dem Taxi dorthin und dann kommt ihr zurück und habt nämlich euren Parkplatz schon, weil sonst kriegt man nämlich hier gar keinen mehr und das ist uns nämlich gerade passiert. Wir sind zwei Stunden hier rumgekurvt, weil wir hier keine Parkplätze kriegen. Aber das am Rande. Also wir wollen mal gucken, was uns noch hier in den nächsten fünf Stunden erwartet. Wir wollen uns ein bisschen umschauen bei der ISE 2018. Wir sind ja nun schon wirklich seit mehreren Jahren hier. Immer wieder war es auch für alle Außenstehenden, die sich mit dieser Materie nicht so auskennen, immer wieder doch ein Genuss, das mal zu sehen. Und zwar eben mal zu gucken, was die großen Jungs hier spielen mit ihren großen Beamern, mit ihrer großen vielleicht LED-Wand, die wir jetzt im Nächsten sehen können und noch einige mehr. Also ich will noch gar nicht so viel quatschen, wir müssen direkt rein und dann gucken wir mal, dass wir die letzten verbliebenen fünf Stunden noch nutzen können für die ein oder anderen Aufnahmen. Ja, jetzt sind wir direkt in eine Halle reingekommen, wo man natürlich schon wieder anfängt zu staunen. Und zwar sind hier verschiedene LED-Hersteller, also Hersteller von Wänden, die aus lauter winzig kleinen LEDs eben ihre Farben produzieren. Und ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen in den letzten Jahren, die Dinger werden immer, immer, immer feiner. Früher musste man vielleicht 10, 15 Meter Abstand haben, damit man überhaupt ein Bild erkennen konnte. Und hier ist es mittlerweile so, man muss sehr nah dran gehen. Ich habe mir mal einen Finger dran gehalten an beispielsweise dieser Wand hier, um mal zu sehen, wie klein die mittlerweile geworden sind und wie winzig die sind. Und hier haben wir jetzt beispielsweise sogar Anwendungen, da könnten wir uns vorstellen, den nächsten vielleicht statt einer klassischen Fliese im Wohnzimmer, holen wir uns die Teile hier. Und dann können wir uns die Bilder, die wir auch immer auch dort haben möchten, dort entsprechend dort projizieren, vielleicht sogar interaktiv. Das heißt, wenn ich also jetzt hier draufgehe, wird sogar eine Welle gemacht und ich laufe also einmal hier so wunderschön über dieses Wasser. Also tolle Anwendungsmöglichkeiten. Naja, und das hier ist natürlich auch ziemlich beeindruckend, was man hier also mittlerweile an wahnsinnig hellen Wänden machen kann. Und da muss ich schon sehr, sehr nah dran gehen, um da überhaupt noch diese kleinen Pitches, die kleinen winzigen LEDs dort zu sehen, die also hierfür sorgen, dass wir dieses sehr extrem homogene und helle Bild entsprechend sehen können. Coole Nummer. Ja, und wer statt Gardinen jetzt vielleicht eine neue, ich sag mal, interaktive LED-Gardine haben möchte, der sollte sich das vielleicht mal anschauen. Hier, man sieht, das Ganze ist nämlich ziemlich durchsichtig und das könnte man dann eben auch im Freien aufhängen oder, sagen wir mal, vor das Fenster hängen und dann kann man gleichzeitig noch seinen Riesenfernseher. Das ist vielleicht eine ganz pfiffige Idee. Also hier sieht man schon wirklich tolle Sachen und es ist mal wieder da, vielleicht doch noch mal eben zu mir mit der Kamera bitte. Es ist mal wieder der durchsichtige Bildschirm da. Leider bis heute in Deutschland relativ selten gesehen. Ich habe den schon mal vereinzelt gesehen, aber seit drei Jahren erzählen wir von dem Ding her oder seit vieren. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie das Ganze hier funktioniert. Ja, ziemlich verblüffend. Das Ganze sieht aus wie so eine Art Hologramm. Gemacht wird es über einen Kurzdistanz-Beamer und zwar ein ziemlich mächtiges Teil von Panasonic, was hier unten ist. Und dann wird es hier auf eine nahezu unsichtbares, ich sag mal, eine Gitter ist das eigentlich. So eine Gardine, ganz, 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 ganz fein, sodass man da noch durchgucken kann, eigentlich keine Struktur sehen kann. Und im Hintergrund läuft nochmal eine zweite Projektion, die auch wiederum mittels eines Kurzdistanz-Beamers entsprechend ergänzende Bilder und Ähnliches dazu projiziert. Also immer wieder verblüffend hier mit einer solchen Spezialleinwand. Wobei von Lammert kommen wir eigentlich kaum reden, weil wie gesagt, es ist so ein ganz, ganz feiner Gitter, Vlies, Netz, sowas in der Richtung kann man es eigentlich beschreiben. Mit dem man hier mit einem extremen Lichtstarken-Beamer-Drauf projizieren kann. Und ja, dann bleibt man schon mal faszinierend stehen. Ja, und erinnert euch noch an die Szene aus dem IFA-Video 2017. Da hatten wir doch einen Anbieter gesehen, der hatte Ventilatoren. Diese Ventilatoren waren mit LEDs ausgestattet und hier, ja, mit der hohen Geschwindigkeit konnte er gleichzeitig über die LEDs Bilder projizieren. Das Ganze ist hier noch ein bisschen mehr verfeinert. Und auch hier haben wir wiederum, ich glaube, sechs Laufen hier insgesamt. Man kann es eigentlich gar nicht erkennen. Und es werden hier die ganze Zeit schon nette, schöne Filmchen drauf projiziert. Das Ganze ist natürlich sehr praktisch. Man hat einen Fernseher und gleichzeitig hat man immer schöne, frische Luft da, weil das wirbelt ja schon ein bisschen hier mit dem Wind. Man sollte nur schauen, dass man einen gewissen Sicherheitsabstand einhält, weil sonst sind, genau, Fingerchen weg. So, bei der Firma Epson sieht man neben den bekannten Heimkino-Projektoren noch ein paar andere neue innovative Sachen. Hier zeigt man auch ganz klar, dass man sich von der Lampe so langsam aber sicher verabschieden wird. Und zwar wird hier mit Laserlichttechnik erarbeitet werden. Und hier nutzt man beispielsweise einen Laser, um, und jetzt wird es ganz interessant, eine Art Projektionseinheit zu bauen, die man in Schienen reinhängen, die man beispielsweise im Einzelhandel verwendet. Weil das ist ein Projektionssystem für Einzelhandel, für Präsentationen, für Lichteffekte, Showbereich etc. Wenn ich also so eine Schiene da oben hängen habe, wo normalerweise meistens meine klassischen Lampen drin sind, dann kann also dieses Projektionssystem, wo ein Laser drin ist, wo LCD-Technik drin ist, mit einer Auflösung von WXGA, ja, dann kann ich da so diverseste Elemente an die Wand projizieren. Und das Ganze eben zugespielt über HDMI, über, ich glaube, WLAN geht auch noch, über eine SD-Karte etc. Das Ganze, dadurch, dass es ja mit Laser arbeitet, kann auch schon ein paar Stündchen laufen, brauche ich mir also als Ladenbesitzer gar keine Gedanken machen, dass ich da alle zwei Monate neue Lampe reinsetzen muss. Naja, und die Effekte, wir können ja mal eben durchgehen, der Frank hat schon ein paar Aufnahmen gemacht, die blenden wir mal die ganze Zeit ein. Das ist natürlich schon sehr, sehr sexy, wo hier drauf projiziert wird, oder wo man im Hintergrund das Gefühl hat, das ist eigentlich eine feste Schriftart, die da drauf ist. Nee, die ist animiert. Ich finde die schon ziemlich cool. Ja, und das ist eines der absoluten Highlights hier im Projektionsbereich auf der Messe, und zwar zeigt Epson hier einen Laserprojektor mit nativen 4K-LCDs, der bis zu 12.000 Lumen hell sein soll. Warum hat der hier so einen Rüssel? Das ist ein Kurzdistanzbeamer, da kann man also das entsprechende Objektiv wohl draufsetzen. Der gibt das ganze Ding sicherlich auch mit einem entsprechenden Objektiv für klassisch nach vorne raus. Interessant ist eben, dass es ein nativer 4K-LCD ist, der auch wohl der erste ist aus dem Installationssortiment für HDR-Wiedergabe. Naja, und bei diesem kurzen Abstand so ein extrem helles als auch brillantes Bild, man sieht keinerlei Pixelstruktur, das kann sich schon sehen lassen. Kommt allerdings auch erst im Laufe des nächsten Jahres wohl, also Ende des Jahres 2018 oder 2019, ist noch eine Kamera eingebaut, die auch noch für die Ausrichtung Justage wohl zuständig ist. Also macht dann auch eine Selberkalibrierung, habe ich gerade noch gesehen, was da hinten eingeblendet wird. Schickes Ding. Und ja, man sieht, dass man mit dem Laser eben auf dem richtigen Weg ist. Man kann Laser eben mittlerweile schon auch in diesen kompakten Gehäusen mit verdammt viel Helligkeit bauen. Bei Christi auf dem Messestand, das ist der Hersteller, den wir ja auch schon ausführlich mal präsentiert haben als Zulieferer und Lieferant der Laserprojektoren für die Dolby Cinemas, das beispielsweise in Eindhoven oder auch in Salzburg. Hier auf dem Messestand sieht man unter anderem das hier. Ich wusste erst im Moment gar nicht, dass die kleine Dinger bauen können, aber diese Beamer, die Sie hier haben, die sind gar nicht jetzt in ersterlicher Weise hier im Fokus, sondern was im Fokus ist, sind diese Kameras hier. Vielleicht mal kurz ein kleines technisches Lexika mal eben aufmachen. Und zwar, viele Projektionen werden mit Doppelprojektionen durchgeführt. Das heißt, es sind beispielsweise zwei Beamer-Bilder übereinander oder es werden Beamer-Bilder aneinandergesetzt. Und wenn da natürlich mechanisch sich mal irgendwas verstellt oder verschiebt, dann muss man das wirklich von Hand wieder alles einstellen. Das wird dann also auch mit entsprechenden kleinen Schraubenziehern teilweise an den entsprechenden Aufhängungen durchgeführt oder noch über andere elektronische Hilfsmittel. Jetzt ist das Besondere hier, wir haben jetzt hier eine Projektion, die eben von beiden Seiten kommt und die so nahtgenau sein soll, dass man also keine Übergänge, nichts dergleichen sehen kann und dass der auch keine schiebe Augenbraue hat. Und das Ganze wird kontrolliert mit diesen Kameras. So, sobald ich also hier ein bisschen was verschiebe, fängt der Kollege an, sofort das nachzukrygieren, da die Kamera über entsprechende Testbilder, man sieht das hier hinten links nochmal von der Analyse her, diese Inhalte prüfen kann und nachkrygieren kann. Und das Ganze mal in Großgedacht wäre dann sowas beispielsweise. Hier haben wir einen Beamer, der mit einer extremen Kurzdistanzoptik arbeitet. Das ist ein Laser, der hat, wenn ich mich recht erinnere, um die 30.000 Blumen hat er auch. Der produziert also hier direkt die untere Hälfte des Bildes und die obere Hälfte des Bildes wird dann dort über einen anderen zweiten Beamer produziert, der da hinten sogar hängt. Also auch diese Kombinationen sind möglich, weil unter anderem diese Kameras jetzt die Übergänge sauber einjustieren. Man sieht teilweise hier bei der Lippe, dass da so ein Übergang nicht sehr sauber war und das wird ruckzuck korrigiert, was natürlich ganz spannend ist, wenn spätestens eine halbe Stunde vor so einer Veranstaltung, wo vielleicht mit so einer Anlage gearbeitet wird, sich etwas verstellt hat, dann fängt natürlich jeder Techniker an zu schwitzen, vorausgesetzt er ist auch da und sieht das Ganze. Naja, und hier müsste man in dem Fall wirklich nur die Elektronik starten und die Kameras machen, das ist von alleine. Ziemlich beeindruckende Nummer. Also spielt nichts im Wege mit dem zweiten Beamer vielleicht demnächst zu Hause, deutlich mehr Helligkeit zu bekommen, ohne dass man da umfangreich schrauben muss. Kurz mal bei dem Stand von AV Lang. Das ist ein sogenannter Ghost OLED, so heißt er doch tatsächlich, Geister-OLED. Was ist hier? Wir haben hier ein OLED, also ein selbstleuchtendes Display, welches aber durchsichtig ist. 45 Prozent mehr oder weniger, wie hat man da, Durchsichtigkeit oder Transmissivität, würde ich mal sagen, dafür steht das Ganze wohl. Naja, und jetzt haben wir hier ein paar nette Bildchen, man sieht aber trotzdem noch, was dahinter alles so passiert. Und das Ganze haben wir dann letztes Jahr sogar noch zeigen können mit einem interaktiven Touchpanel. Das heißt also, wie bei Star Wars kann ich dann hier mit den Fingern vielleicht sogar irgendwelche Funktionen aktivieren und zeigen und demonstrieren. Also Ghost OLED. Welche habe ich aber gerade neben mir so ein bisschen gehört, es wäre ein Samsung-Panel, was aber wohl nicht mehr produziert wird. Wir wissen ja alle, dass Samsung und OLED irgendwie nicht zusammenpassen zurzeit, weil sie haben noch nichts im Markt, was jetzt final wieder mal da ist. Also LG eigentlich weiter vorne an. Aber das scheint noch ein bisschen aus der sogenannten Samsung-Generation zu sein. Es soll wohl zum Jahresende das Ganze auch wieder kaufbar sein, von wem oder wie auch immer. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie man da so durchgucken kann und trotzdem so ein wahnsinnig helles, kontrastreiches Bild hat, was eben von sich aus leuchtet. Deshalb eben kein LCD, sondern eben OLED. So, der gute Ralf. Was haben wir? Dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag? Heute ist der, muss ich selbst mal überlegen, der dritte Tag. Genau. Okay, also wir haben ja, weil wir ein paar Stunden verloren haben wegen Parkplatzsuche, haben wir nicht so viel Zeit. Wir geben mal Gas. Das ist jetzt eure neueste Leinwand. Das ist die kleinste der Welt mit einem was für einem Tuch? Ja, wir zeigen hier an diesem Modell unsere neue Bail-On Borderless. Das ist eine rahmenlose Leinwand, hier jetzt in groß zu sehen. Die ist konfigurierbar mit allen unseren Materialien, wie man das von Stuart gewohnt ist. Auch wie hier schalldurchlässig oder nicht schalldurchlässig. Und kann entweder bündig an die Wand montiert werden oder aber auch mit verschiedenen Abstandshaltern entsprechend von der Wand entfernt montiert werden, damit man dahinter Lautsprecher unterbringt. Was auch noch sehr schön ist mit dieser Leinwand, dass man sie eben bündig in die Wand integrieren kann. Und sie hat halt nicht mehr diesen schwarzen Rahmen, den halt manche Leute nicht mögen. Da gab es viele, viele Anfragen für so ein Produkt. Jetzt haben wir es da. Borderless heißt also für euch rahmenlos? Könnt ihr das so verstehen? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Also das ist das in klein. Das heißt, ich könnte mir noch eine schöne kleine LED-Beleuchtung dahinter setzen. Das Ganze schwebt so mehr oder weniger vor der Wand. Ich habe dahinter meine Lautsprecher, wie das jetzt hier auch bei euch gemacht worden ist. Und habe dann hier mein Mikroperforiertes Tuch mit meinen wunderschönen Diamantnadeln. Da sind sie wieder. Es gibt ja bald kein Video mehr ohne Diamantnadeln. Okay, das haben wir da. Und dann habe ich gesehen, hier haben wir einen Vergleich nochmal mit einer Studio Tech 100 gegenüber einer Phantom, was bei diesen Lichtverhältnissen ja schon beeindruckend ist, je nachdem, was für ein Motiv da ist. Ja, man sieht halt an so einer Splitscreen doch sehr schön, was so eine Phantom im Prinzip kann und wie wichtig das Thema Leinwand ist, wenn ich eben schlechte Lichtverhältnisse habe. Wir haben ja hier jetzt auch rechts und links diese Strahler und dennoch sieht man, dass so eine Phantom selbst unter solchen Lichtbedingungen noch funktioniert. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Lösung. Tata. Also für alle die, die ein schönes großes Wohnzimmer haben und da vielleicht direkt noch einen schönen großen Garten haben mit einer größten schönen Scheibe, wo man vom Wohnzimmer in den Garten schauen kann. Und man möchte vom Wohnzimmer auf die Leinwand schauen, aber man möchte auch vom Garten auf die Leinwand schauen. Gibt es von euch eine sehr kreative Lösung, die anscheinend vermutlich mal in Los Angeles irgendwo mal in einem schönen Garten mit einem großen Wohnzimmer erstanden ist, oder? Ja, in der Tat. Es gibt schon zahlreiche Projekte, wo man das dann jetzt bisher mit zwei Leinwänden gelöst hat. Das heißt, man hat halt zwei Kästen, die montiert werden müssen, man hat zwei Steuerungen und so weiter. Stuart hat jetzt hier quasi zwei Leinwände in einer gebaut und kann die komplett individuell konfigurieren. Entweder, so wie du gerade gesagt hast, mit dem Beispiel eine Frontprojektionsleinwand, eine Rückprojektionsleinwand. Oder aber auch, ich kann sagen, ich spare mir eine Maskierung in der Leinwand und habe eine Leinwand in 16 zu 9. Zum Beispiel mit einer Phantom, um jetzt abends Fernsehen, also Fernsehen schauen zu können, mit Licht im Zimmer. Und wenn ihr sagt, ich will jetzt aber einen Film schauen und mache das Licht aus im Zimmer, dann fährt die Phantom hoch und es fährt eine zum Beispiel 21 zu 9 Leinwand runter. Mit einem Studiotech oder mit einem Greyhawk. Ja, also das kann ich auch komplett individuell gestalten. Ich kann verschiedenste Formate fahren. Jetzt zum Beispiel fährt die Phantom hoch und die Studiotech in dem Fall fährt jetzt runter. Mit 21 zu 9 jetzt. Und so brauche ich auch keine Maskierung, weil ich halt schon nativ die Bildformate direkt quasi habe, wie ich sie brauche. Ja, okay. Das habe ich soweit verstanden. Also mit den zwei Leinwänden wäre ich von vorne drauf. Aber der Knaller finde ich ja, ich bleibe im Garten. Und dann sehe ich also die zweite Leinwand, die runterfährt, ist eine Rückprojektion. Das denkt ja jeder, Moment mal, dahinter von hier. Nein, der Beamer bleibt ja an der gleichen Stelle. Der projiziert jetzt einfach auf diese Leinwand hier als Rückprojektion. Der dreht dann das Bild. Und ich kann also vom Garten aus dann entsprechend mit dem einen Bilder, den ich für Front und für Rückprojektion einsetzen kann und in zwei Tüchern arbeiten. Das ist ja schon ziemlich abgefahren. Kannst du mir mal eine Adresse geben? Vielleicht können wir da mal hinfahren. Wer jemand so was installiert hat. Machen wir mal für jeden Fall einen 2.18, 2.19. Schauen wir mal. Also es gibt so gut wie nichts, was man nicht machen kann. So würde ich es einmal sagen, ne? Ja, in der Tat. Das ist ja die große Stärke von Stuart, dass sie eben so individuell auf verschiedenste Anforderungen eingehen können. Und das alles nach Maß bauen. Also das ist das, was Stuart ausmacht. Schön. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen letzten schönen Tag. Der ist morgen nämlich, ne? Der ist noch ein bisschen früher Schluss. Wir müssen heute Abend schon wieder nach Hause. Und wir müssen weitergehen, weil die Uhr rennt. Danke dir. Mach's gut, Ralf. Okay. So. Wir sind hier mal kurz auf dem Stand von Stealth Acoustics. Stealth Acoustics ist ein Hersteller von unsichtbaren Lautsprechern, unter anderem. Und wir haben ja bei uns in unserem Studio haben wir ja unter anderem so eine solche Wand gebaut, weil wir ja immer wieder festgestellt haben, die Leute gucken uns ungläubig an, wenn wir von unsichtbaren Lautsprechern sprechen. Weil alle denken immer, das muss ich anhören wie Mittelwellenradio. Aber nee, das ist richtig kraftvoll. Jeder, der das schon mal bei uns gehört hat, setzt sich immer gerne bei uns in die Ecke, da in die Ledercouch und sagt, wow, was ist denn jetzt los? Ich sehe nichts, aber ich höre es überall. Also, was haben wir hier? Die Wände sind mal wieder hier mit diesen Lautsprechern verbaut worden. Das ist eine schicke Sache. Aber für Leute, die vielleicht das Ganze doch sehen möchten, gibt es auch Lautsprecherlösungen aus dem Hause Stealth Acoustics, die wir dann eben auch anbieten, wo man sein Lieblingsmotiv vom letzten Urlaub vielleicht installieren kann. Und jetzt wird vielleicht auffallen, einer rechts, einer links, das kann ich mir gut vorstellen, das sind Lautsprecher und so ist es. Aber was ist denn hier in der Mitte? Ja, das ist halt eben mein schönes Bild. Ich kann aber was anderes auch noch draus machen. Und jetzt machen wir mal den hier, weil jetzt fährt nämlich das Ganze mal eben hoch und dann kommt mein Fernseher zum Vorschein. Okay? So, und das in der Kombination hier finden wir schon sehr sexy. Ich kann mir also mein Motiv mehr auch entsprechend machen lassen. Das heißt, ich schicke das Motiv entsprechend ein und habe dann eben hier die Möglichkeit, nochmal wieder runter, genau, so, einmal runter. Let's go down, please. Thank you very much. Ja, es klappt auch super. Und das kannst du natürlich mit einer Fernbedienung, da brauche ich nicht unbedingt den Herrn von Sales Acoustic, der das gerade freundlicherweise im Hintergrund gemacht hat. Ja, wer bei uns schon mal im Groovy-Kino gewesen ist, hat vielleicht diese Lautsprecher schon gehört. Und zwar haben wir hier von Acoustic-Lautsprecher, die sich auch wirklich sehr auszeichnen, dadurch, dass die unter anderem nur sieben Zentimeter tief sind. Die werden normalerweise einfach glatt an die Wand gehängt und sind mehr oder weniger, ich sag mal, in verschiedenen Ausführungen kaskadierbar, bestellbar. Und zwar ist das hier so der kleine Süße hier, vielleicht so für das Badezimmer oder für das Kinderzimmer oder für das Gästeklöschchen, gibt es in verschiedenen Farben. Und wenn ich jetzt mal weitergehe, sieht man, dass das ganze System immer weiter ausgebaut werden kann, mit bis zu eben hier dann beispielsweise sechs Mitteltöner, drei Hochtöner. Es bleibt aber weiterhin bei sieben Zentimeter unheimlich massiv verarbeitet, zweifach, dreifach lackiert, mit und ohne Stoff, wenn man haben möchte. Ja, und dann geht das Ganze noch weiter hier bis zu dem System hier. Da sind 24 Treiber drin mit zwölf zusätzlichen Hochtönern und eben auch weiterhin nur sieben Zentimeter. Einfach mit zwei Schrauben an der Wand dran, kommt das klassische Kabel rein und von der Höhe her passt das sogar perfekt noch zu meinem 85-Zoll-Fernseher. Also optisch sieht das auch sehr gut aus. Naja, und wenn ich möchte, könnte ich ihn natürlich auch in der Wand einlassen, dass er bündig vorne abschließt. Wir haben das ja mal gezeigt in der Wohnung in Gießen, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern. Auch das haben wir gemacht. Also wir finden dieses Konzept sehr schick und sehr schön und wie gesagt, bei uns im Grubi-Kino installiert, kann man sich jetzt bereits schon anhören. Muvia bin ich ja auch jedes Jahr geliebend gerne hier, weil da sehe ich nochmal wieder schöne neue Modelle, die man also hier sieht. Dennis probiert gerade wieder eins dieser schönen neuen Modelle aus. Wir haben ja einige Muvia-Sessel bei uns in der Ausstellung, die wir uns ja genau immer gerne mit Ihnen oder mit euch mal anschauen. Hier gibt es ein paar Besonderheiten, unter anderem dieses wunderschöne voll elektronische Sofa, wie ich finde. Was aber auch dazu gekommen ist, sind viele Detaillösungen, weil, naja, andere Länder, andere Geschmäcker, der andere möchte vielleicht jetzt sogar Swarovski-Knöpfe haben, die wir hier haben können oder er möchte hier, wollen wir mal vielleicht mal zeigen von Frank hier, diese Carbon-Platte, also so ein Carbon-Design, das sieht natürlich auch sehr edel aus, das Ganze. Natürlich auch das Ganze hier mit Carbon hier drinnen. Dann haben wir hier belüftete Sessel dabei, beheizte, so wie es aussieht und das Ganze natürlich wieder voll elektronisch mit ein oder zwei Motoren zu bedienen. So, und darüber geht es weiter. Wir haben viele, viele verschiedene Design-Varianten, Farb-Varianten. Also, da kann man sich mit uns immer jederzeit mal gerne unterhalten. Das ist schon mit das Beste, was man so hier derzeit bekommen kann und wo man sich also wirklich gemütlich drauf aufhalten kann. Und, Dennis, was meinst du, wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Neue Reihe. Neue Reihe. Für große Leute. Ja, und Dennis, unser Star-Verkäufer bei den Movia-Sesseln. Da gibt es schon so manchen glücklichen Besitzer. Genau. Und das finde ich auch sehr schick hier für Indien. Mit dieser leichten, wie nennt man das hier von der Form her? Struktur? Was ist da drin? Aha. Amboss. Ja, wunderbar. Amboss. Dann haben wir hier goldene Becherhalter, goldene Knöpfe mit Swarovski-Kristallen. Also. Ich glaube es hier nicht. Mein Gott. Meine Armut. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ach, Massage haben wir noch hier drin. Ja, schick. Also, für jeden was dabei. So, wir müssen aber noch zwei Stunden. Alles klar. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das alles hier hinkriege. Jetzt fehlt mir eine dritte A. Aber wie auch immer. HDMI-Kabel. Riesenthema. Ist ein Problem für viele, weil die Kabel, die man hat, irgendwann nicht mehr in der Lage sind, die neuen Standards zu unterstützen. Das ist das eine. Das andere ist die Mechanik dieser Stecker. Da haben wir auch schon, glaube ich, drüber gesprochen. Ich weiß ja nicht, wer diesen Standard mal vor Jahren entwickelt hat. Er ist eigentlich für das, was das gute Stück machen muss, eigentlich total falsch. Weil man liegt ja eigentlich so einen Stecker hier in so eine Buchse rein. Das Ganze ist hier lose, mehr oder weniger drin. Und rutscht ja auch nicht gerade selten raus. Dann haben wir natürlich sofort Verbindungsabbrüche. Wir haben Wackelkontakt, wir haben vielleicht Streifen im Bild und was nicht alles. Was ich hier gefunden habe, ist eine ziemlich beeindruckende Nummer. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das eben hinkriege. Und zwar, ein klassischer HDMI-Stecker hat ja sehr häufig so eine riesige Ummantlung. Die ist ja manchmal sogar so, dass ich den Stecker gar nicht weit genug reinbekomme. Das haben wir auch schon gehabt. Da gibt es dann so ganz exotische Kabel, die sich an irgendwelche gar keine Vorschriften gehalten haben. Aber es ist eben ziemlich dick alles, das Ganze. Und gerade, wenn ich so die kurzen Verbindungen brauche, wo ich einen AV-Verstärker, der ja nun mal mit seinen ganzen HDMI-Quellen verbunden werden soll, dann habe ich schnell ein ziemliches Kabelwust dorthin, was auch nicht unbedingt immer schön aussieht. Und Fakt ist auch, Stärke, Dicke eines Kabels ist nicht automatisch ein Zeichen für eine super Qualität. Ich kann eine Menge Plastik drumherum machen. Da drin ist immer noch der Kern des gleiche billigen Zeugs. Also das kann vielleicht einen Scheineindruck erwecken, aber es ist nicht wirklich dann wirklich eine super Performance. Hier haben wir jetzt ein, und es läuft hier im Hintergrund, glaube ich, so eine kleine Demo noch mit. Hier haben wir das, ja, es dürfte wohl das flachste Kabel schlechthin sein. Das ist also der neueste, flache, super HDMI-Stecker hier. Wir haben keine Dekomantelung, nichts mehr rum. Das Gehäuse ist alles direkt integriert. Wir haben ein sehr dünnes Kabel, was es ab 30 Zentimeter, ne Quatsch, ab 50 Zentimeter, ja, da ist es auch nochmal, was es ab 50 Zentimeter Länge geben wird, bis maximal 2 Meter. Warum maximal? Weil es soll natürlich 4K, 60P unterstützen. Und genau das wird es machen. Somit hat man also die Möglichkeit, ganz schnell seinen, sagen wir mal, AV-Receiver schön aufgeräumt, mit den ganzen Anschlusskabeln zu verbinden und hat eben die maximale Performance von 4K, 60P. Und wenn man jetzt nochmal was probiert, ist, bei manchen Kabeln hat man doch ein, ja, ich sag mal, wenn man es reinsteckt, hier in diese Buchse, ein relativ loses Gefühl, was hier überhaupt nicht der Fall ist. Das Ganze ist wirklich stramm drin und da kann ich dran ziehen, da kommt nicht so einfach was raus, ohne dass jetzt irgendwie eine mechanische, ich weiß nicht, ob ihr noch hören könntet, ohne dass jetzt eine mechanische Nase oder ähnliches in diesem Gehäuse integriert ist. Also summa summarum ziemlich beeindruckend, ist auch ein Patent drauf. Wir werden es ab April voraussichtlich haben und natürlich bei uns auf der Homepage ausführlich präsentieren. Stealth wird es sich nennen. Stealth soll ich noch vielleicht erwähnen. Stealth, warum auch immer, also Stealth, Kabel, HDMI-Kabel, welches also ziemlich cool ist. Oh, nicht gerade der kleinste da. So, was wir hier im Hintergrund sehen, das dürfte die Zukunft des Kinos sein, unter anderem, weil davon werden wir wahrscheinlich das eine oder andere Teilchen nämlich auch nach Hause bekommen. Es ist das Sony Kledis-System. Das Sony Kledis-System ist eine unfassbar, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, mit der Kamera kommt es glaube ich rüber, helle, kontrastreiche LED-Wand. Wenn ihr sagt, LED ist, Moment mal, wir wissen zwar, dass die Dinge mal kleiner werden von den Beleuchtungskomponenten, also den LEDs, aber das hier ist ein komplett einzigartiges, neu entwickeltes System, welches auch wirklich, wie hier gesehen, ja gesehen eigentlich nur aus allernächster Entfernung, aus Kacheln besteht und zwar aus diesen, ja, LED-Kacheln. Das heißt, ich kann die mehr oder weniger zusammenstecken und kann dann die beliebigsten Bildformate in Höhe, Breite entsprechend mir selbst erstellen. Hier haben wir eine Wand, die ist bestimmt gut und gerne 10 Meter, 12 Meter breit. Ich kann gleich mal fragen, was das genau ist und wo wir diese Auflösung in 4K, 8K entsprechend sehen können. Das ist also die Zukunft sicherlich, die wir irgendwann mal, und das heißt nicht irgendwann in den nächsten 100 Jahren, sondern viel, viel schneller, sehen können und zwar in Form von Ersatz für Leinwand und Beamer. Also im Kino schauen wir dann auf eine solche riesige LED-Wand. Fantastisches System, man muss es einfach sehen, die Leute stehen ja gar nicht mehr auf, die hier überall zu sehen sind. Man sieht diesen enormen Schwarzberg, das ist wirklich tiefst schwarz, nichts sehe ich mehr hier. Jetzt kann ich ganz leicht erahnen, dass da ein paar Kacheln sind, wenn ich sehr nahe dran gehe und der Raum entsprechend eine gewisse Beleuchtung hat. Tolles System. Jo, es ist Viertel nach sieben gleich und man hat uns fast hier rausgetragen, weil um 18 Uhr ändert offiziell die Messe und ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, das könnte sein, dass das das kürzeste Video ever wird von der ISE und dieses Jahr ist es dann leider doch so weit, weil die Zeit hat einfach nicht gereicht, um noch nochmal in Ruhe die eine oder andere Aufnahme zu machen. Wir mussten ja schließlich auch noch einige Gespräche führen, die wir geführt haben. Davon werden wir dann sicherlich in den nächsten Wochen wieder berichten, auch einiges zeigen können, waren ein paar schöne Sachen dabei, somit seid etwas nachsichtig mit uns, dass dieses Mal dieses ISE Video eben nicht so umfangreich geworden ist. Beim nächsten Mal sind wir etwas früher da, beziehungsweise wir machen nur noch Termine auf der Messe und werden nie wieder extern zu irgendwelchen Hotels fahren, um dort noch ein Lieferantengespräch zu führen. Naja, also wir haben noch ein paar Bilder gemacht durch Andreas. Der Andreas hat einige Fotos gemacht, auch ein paar Videosequenzen wohl. Ich gucke mal, was ich davon noch verwenden kann und hänge das noch dran, sodass ihr da nochmal einen kleinen Einblick bekommt über all die tollen, schönen Sachen, die hier alle zu sehen sind. Jetzt wird es nach Hause mit dem ganzen Team und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder bei Grobi TV. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.